Guten Morgen! Guten Morgen! Wie man hier in Hermannstadt sagt, im schönen Siebenbürgenland, sitzt jetzt hier nach dem Motto Ein Bier am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen, sitzt hier am Marktplatz in Sibiu, in Translivanien. Sonnenschein, 10 Uhr in der Früh. Ich werde schöne Bilder machen, wenn ich unten bin, jetzt eine Zeit lang euch berichten, was die Pandemie hier unten so treibt. Also draußen sitzen, darf man schon mal gemütlich. Mein Hund ist dabei hier unten. Da fragt er unter dem Stuhl. Also, wir sind gut angekommen und alles Weitere auf Telegram, wie immer, der Jens. Und viele Grüße meiner zweiten Heimat nach Pasing. Füßt euch dabei! Ciao! Ich bin der Rock!